Jeder Jid beim Rebben ist ein Jachzen. Verwusst? Weil der Rebbe kijkt auf euch und neue Kinder, neue Kindeskinder, alle Zeit, alles, alles. Ihr versteht, der Rebbe kijkt auf eine Schome, guckt nicht an die Stadt, guckt, die Kavone ist eine Schome, die Jereide ist eine Schome. Alle sind selber Jachzen. Ich will auch noch eine Sache. Aber wenn der Rebbe so viel zu verbregen, dann gab es Lunch und die RÉ. Ihr seid ihr Inge-Besche, jemand, hat Kavone, die Jachzen und die Mühle, die machen und die richtig guste. Sie sind hier mit der Sendung, haben Sie mit Kavone es gepasst und haben noch ein Schmechel. Wir haben unsere Zähne, die Kavone es gab und gab einen Millionen Dollar. Und alle Babysche, hat sich beschämt, einfach geschämt sich, dass der Rebbe so kicken auf sie. Er hat sich weh' nur Schiss, also sind hier. Und der Rebbe, lechheim, 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 lechheim. Wenn sie aufs Gewein erjachsen sind. Ich meine, sie sollen alles, alles in euch sitzen. Und alles in den Kindern vom Reb. Vor allem so viele Sippuren, wie der Rebbe, stellt euch vor, dass sie Gewein Chsidim. Ich weiß das, weil ich weiß das auch interessante Sachen. Sie Gewein Chsidim, was nicht so gedacht, als sie denen nicht Gewein gesinnt. Vielleicht der Rebbe beäufen, akief, aber der Rebbe nicht gewollt schrecken. Vielleicht der Rebbe fragt mich, was hört sich bei ihm. Der Brat, jener Brat. Die Getreischaft vom Rebbe hat sich sehr gehiet, dass sie sich nicht schrecken. Aber der Rebbe hat jede Sache gewollt wissen, was hört sich bei ihnen. Jener Brat. Jeder Chsidim ist gewein' Teie beim Rebbe wie ein Kind. Und die Sache wohl vielleicht der Rebbe... Toma mit Geha Zweikis. Vielleicht... Wenn man ein paar Mal, ein paar Mal mehr schreit mal ein Wort. Hast du gesehen? Also halt mit, weißt du, hast deine Problems. Ich wollte erzählen eine interessante Sache. Ich wollte es schon mal sagen, dass er ein Kind ist. Aber das ist ein Kind, das ist ein Kind. Das ist ein Kind, das ist ein Kind. Aber das ist ein Kind. Und das ist ein Kind. Und das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Und das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Das ist ein Kind. Jetzt passiert schon mal das Gefühl. Und das ist ein Kind. Und das ist ein Kind. Die dwellern. in dem ist ein Kapitel geben ihm idet durch den das ist ein Kapitel das ist ein Kapitel der Rebbe wie er so er legt sich herein in jede die Tracht will dir helfen wusste keiner will helfen und sie haben das gesehen von verschiedenen Sachen aber vielleicht ein durchgehend zum Rebbe sie gewinnt teusend zu jedem vielleicht denkt du fahrt alles es hat jede also jeder hat etwas gedacht hat der Rebbe dir etwas gesagt die ist auch früher nicht gedacht so genau wo der Rebbe tut schon etwas sie geben das ist ein extra Wort aber auch der Rebbe ist gewinn so getrei wie er tat zu jedem mit uns gesehen kann sich nicht vorstellen wie er so der Rebbe hat getracht die Sede weinig sind als wir wissen nicht das tachten wie er so kein Mensch ganz kral Yisrael Ich will euch da führen noch ein Wörter, also diese Wörter wird nicht mit ihr übernommen. Und das Ganze mal eine Wörter kommt auch ein Wörter. Aber wir werden hier auch noch ein Wörter im § 4. Da wird ein bisschen nackt. Ich will euch da führen an das Gewaltwurst. Also, es wird nur eine Wörter im § 4, weil ihr wärst auf der Wörter. Oh, ich will euch da sein. Du musst deine Wörter. Ich will euch da. Sie gewöhnen auch wir, ihr hättet, ihr hättet. Euer wird gehäten, meiste, aber noch einmal. Sie gewöhnen auch wir, was hat auch nur getracht, sie kommt da rein, hat so viel Brief zum Rebben, und man weiß, dass der Rebbe allein öffnet allein auf seine Briefe. Keiner sagt nicht öffnen dem Rebben's Briefe, sondern nur der Rebbe allein. Hat hier kusset der Gebir kusset, hat gesagt, das geht auf Wekker, so wie vor Zeit, für Gornisch, für Briefe, mit dem Zehn Krieg der Maschine, wo es effen, tufft die Mail schnell, darf nicht reißen in der Duss, hat er eine Reine geschickt mit Rabbi Klein, ich weiß nicht mehr, hat er eine Reine geschickt, aber es ist schon andere, hat er eine Reine geschickt, die Maschine, zum Rebben, als die Briefe, einfach zucht auf die Maschine. Kitzel, die erste Maschine hat der Rebbe gleich, durchgeteide Dibber, zurückgeschickt, als er macht sie viel Neues, Klomburgisch, der Beschein macht sie viel Neues, darf nicht stehleisch, aber jener hat sich nicht, hat jener hat sich nicht gefeuert, und hat bezahlt noch mehr Geld, und wir gefunden in der Maschine, was macht das Grasanois, und hat weiter reingeschickt, zum Rebben, und der Rebbe hat es weiter zurückgeschickt, aber er hat Mas wieder gesagt, hat er gesagt, das soll, verran jeden, wo es nicht zu brachene jeden, wo sie weinen, beschast, vergießen sich aus der Herz in der Brief, und hat adkedei kach, als für die Tränen, wo sie, wenn sie schreiben, vermachen sie, chasten in dem Brief, anstatt lecken die, die nicht so sehr, sehr Tränen. Und er sieht es, er weiß, wenn er EF in dem Envelope, seht er, der Tränen muss, dass er das Duss, und ich, Ayd hat geweiht mit Tränen, und er vermachte in dem Envelope, und ich habe nichts in der Maschine. Er hat, was tut jetzt so, das ist ein Möhrer, die gemeißen, der Rebbe seit, mich schon nach der Regie, sie weiß, dass Rabbi Simpson hat mir erzählt, allein der Meister. Ich will nur sagen, dort hat er erzählt. Als Eimol, in der ersten Juren, hat der Flick nehmen, dem Rebbe von Neuer, das auch mal, in Eimol, hat mein Gefallen, er wird gehen, ein bisschen kurzer Weg. Gehen, ein bisschen, also ein Weg, was es, die Kitzel, es ist nicht gewesen, ein kurzer Weg, und sie gehen ihm noch länger. Hat der Rebbe, bis ein Vortag später, wenn er so rein, hat der Rebbe gesagt, dass er bedarf, in Betten, zu ticken, wo es er, hat aufgehalten, dem Rebbe noch, noch, noch Zeit. Ich habe, das jeder, immer gemeint, geht, aber bei Paul hat es von ihm gesagt, beim Rebbe, es gibt einen Eulen. Und da, will der Rebbe, allein, empfangen, jede Brie, weil Thomas dort, du, aeed, was er gemacht, mit Treren, wie kann er das geben, zu der Maschine. Er muss es allein öffnen. Und magisch sein, der, ihr habt er weiße, dass er noch am Möger, der gemeißen, der Abbas, was ist, das ist, das ist, die Getreid, Schaffende. Ich will nur Messiah sein, mit ein Wort. Wir dürfen sein, mit Getreid, dem Rebbe, machen. Das, was der Rebbe ist, unsere Tate, unser Rebbe, das ist nicht alles zu reden. Aber wir dürfen weggehen von dem Gimmeltanus, das ich will nicht lassen. Der Rebbe gibt uns so viel. Wir dürfen in der Welt, in unserer Weide, in unserer Weide, und in unserer Weide, zu verziehen, und in unserer Weide, zu verziehen, wir dürfen zurückgehen, wir dürfen getrennt, zu bereben. Wie viele Ich will euch erzählen noch ein bisschen. Sie gewöhnt Chesidim in der Zeit von Friedrich der Rebbe. Wenn Friedrich der Rebbe weiß man, sie gewöhnt der Zeit, was der Friedrich der Rebbe nicht so gedacht hat gewöhnt. Er sagt, der erste und der zweite Jahr noch der Nessie ist. Er gewöhnt Poshet und Gehatsen. Er gewöhnt Chesidim was haben wegegeben Juren. Denn eine schriftliche Kvittel also geben wege kach für kach Juren vom Rebbe. Beim Friedrich der Rebbe hat er gehalten alle Juren. Hat er gehalten in Siddur Dachsucht die Chesidim was haben wegegeben Juren vom Rebbe. Die Chesidim was haben Taki hat er gehalten ich gewöhnt ich gewöhnt es so wie 19 hat er gehalten bei sich alle Juren. Das ist meine Mensch. Darf man weggehen von dem Gimmelstammus Poshet gestreit sein dem Rebbe. Dem Kemayim der Rebbe tut das für mich raus. Wir können nicht wissen wir können nicht wissen wie viele Sachen hat Chesidim gekannt sein und nur zu liebden und nur zu liebden im Rebbe ist die Sache nicht geschenkt. Erzähl noch eine Weiße für meine Tate. Meine Tate gewöhnt an der Kurve zum Rebbe wie wir wie wir das alles teilen und er fragt der Sache mal morgen beim Rebbe noch mehr noch mehr hat er mal der Tate bei Siddur geschrieben zum Rebbe bei Chesidim also am Montefi hat gesagt der Rebbe hat gedacht mehr von einem Ton in uns Rapport hat der Rebbe gedacht allein zu sagen wenn es gewinnt der letzte Mal was er gewinnt in der Hausfurt was hat der Rebbe ihm gesagt du willst wissen was ich tue machach ich bin wie viel Zeit es hat der Rebbe hat der Rebbe hat der Rebbe allein zu gehen machach der Rebbe mit der letzte Mal mit dem wir wissen wie viel Sachen hat der Rebbe schon verhindert was mit dem der Apostel in dem der am der ist der Aber nur noch weiter, ich weiß, wegen dem. Es darf sein, aber geht er raus von dem Gimmel-Tamus. Ich will sein dem Rebben, der drei Kind. Und ich will, was will uns von uns der Rebbe? Er will nämlich sein, das Siedische Jieden im Ganzen. Im Ganzen auch eingelebt durch Siedes. Im Ganzen machen kann sich ein Stückchen Menschen. Hama, was Israel reinbringen, noch jeden Siedes. Das ist ein Begurach Neffisch. Der Balschentow hat gesagt, der Mashiach hat gesagt, das hält auf Mashiach. Was hat der Rebbe gewollt? Mehrfach als er gewollt Mashiach. Und wie breit man Mashiach? Hat der Mashiach allein gesagt. Das ist doch kein anderer Weg. Mashiach hat gesagt, und schiefft zu meinen Sechhochens. Kommt er raus, als einer will sein Getreide im Rebbe. Was will der Rebbe mehrfach als? Er will die Gehülle. Er will das Wille. Und jeder eine kann tunnen dem. Jeder eine kann lernen mit Nocha Jiedes. Nocha Jiedes. Das Tuste vom Rebbe ist nicht eine Sprache. Er will die Gehülle. Er will die Gehülle. Und wie er so weiter geht. Er will die Gehülle. Der Rebbe hat nicht geschrieben, und der Gehülle. Er will die Gehülle. Er will die Gehülle. Er will die Gehülle. soll gehen Choderam. A jeder reine breit Nochside mit Nochside und Zulein Nochsides Azaa, Tumul, ein ganz erstes Roll, mehr geht Choderam. Da sind die größte Matone vom Rimm. Also gewohlen mit ewigen Kais, der Rimm, der wird mit ganz erstes Rollen zu Chibbe gekannt. Jeder reine hat ein Kreis, jeder eine hat Schweren, Mischproche, und die größte Matone ist der eigene Freude mit der Fläne, mit der Freude, mit der Fläne, mit der Kinder, als ich sie, dass es da ist, in der Allzeit sich herumgesieht. Das ist die größte Matone, was wir können geben zum Rimm. Ist es dein Tate, ist das du geben dem Rimm nach. Ich will noch sagen, ich gehe weg, ich gehe doch nicht weg. Ich weiß doch die meisten mit dem Schäufer. Ich will noch ein Wort. Ich will noch fragen, ich will noch fragen, ob es eine persönliche Schäule und jeder eine darf nicht mehr empfangen, nur darf sich allein fragen, die Schäule. Ich will noch ein Wort, das ist mein Polonie verrat das ist ein Rennen das ist ein Rennen das ist ein Rennen das ist ein Rennen was sich gedacht was immer sie gekannt in den Heaven und so nehm das ganze Zeit der Rebbe war er umgekickt was er so gewinnt er darf er noch umkicken das ganze Zeit wenn er gewinnt das letzte Mal er gewinnt und er erzählt ich will ja ich will nicht er gewinnt von einem slagischen wo es aufgestanden ein ganz netter Tunnel und er gegangen zu seiner Rebbe verregnen ein ganz netter Tunnel er fragte ihm der Roshchi er wusste was das euch zu tun hat er hat es nicht gewinnt bis er hat sich schon ausgesucht was hat er gesagt er hat geharrt er hat der Rebbe gestorben ein sehr unglück er wird es allein nicht geglaubt er ist ein ein Mensch er ist ein Mensch er hat er eine Mannschaft er fragte ihm der Roshchi der Zollflüge der Schlechte immer wach, bis damals die geschacht wegen dem Mäbchen war tot, die verlacht, dass die geschürmte die Gestalt. Sogte im Detail mit der Rosh Hashibi, Rosh Hashibi, ich hab schon für den Mäbchen nicht geschacht, 10 Uhr, sie sogst mir, ihr versteht, ihr hattet Masse. Aber mir sogen zu dem Mäbchen stehen, also missbringe Mashiach, was ich erzähle, wo ist die Mäbchen? Es bringt ja, bis ich keine Schlossenein in der Nacht. Aber wir sollen nicht kommen jetzt, bis sie in der Lachen spadig. Wo willst du sein? Das ist die Mäbchen. Ich will wissen, wo ist die Karte im Ebenstein? Wem willst du nicht? Wie stellt sich jeder weg? Okay, machen wir so, ist nicht bravend. Aber meinen das, meinen das, als Mashiach, mit der Karte kommt in die Hand, und nicht morgen, sondern jetzt, und jetzt, und du betest das, und du stehst, und du kommst morgen zum Ebenstein, und du weißt, wo du treffst. Und wie kann man das so? Ich sage, man lernt, dass sie das, in der Taka sagt, wo steht das, wo steht das, wo steht in Tanya, bei der Reklame drauf, damit sie wieder reißen, und die Reklame drauf. Dort steht die Sache in der Schnüffle, der ganze Traum verworst, mit ein paar Schafen gefällt, und der Reklame drauf will, an die Reibüchter, mit der Feinde. Nicht, er will diesel zum Garen heiden, er hat gezinnt, er ist nicht, er will bevoren, er will nicht sein, in einem Microwave-Oven, in, in, noch hättet in 20 Jahren. der ganze, der ganze, der ganze Tein vom Wuster bist du, ist nicht bei dir beklagen. Sie beklagen ist wegen dir, sie rät sich nicht wegen dir, sie tun, wenn sie ein Eibischstaffung haben, und er hat eine Kavonne, und der Kavonne ist dir mit der Töne. Wir sollen Wetter dir mit der Töne durch jeden kleinen Teure Mitzwitz, aber zu Wust dafür, der ganze Teure Mitzwitz, er hat eine Kavonne, er hat gesagt, seine Kavonne, es lich hat oder nicht, please have us-me-retten, die ganze, ganze Sachbuss, sie du an, Eibischstaffung, er hat sich sein Kavonne, und du darfst sehen, äußere viele Menschen Kavonne, das ist der ganze Tein, bei dem du bist du. Wir darfst dir nicht, bei dir, nur bei dem, der Eibischstaffung, darf jeder lieben, dafton seiner Wäude, es lich hat, please, er hat sich mit Kopf, weil, durch den, wo dieves Team deiner Wäude, wird sich äußere, in dem Eibischstaffung, und er hat sich mit dem Eibischstaffung, in dem Eibischstaffung, und er sagt, dass er so ist, als wenn, wenn wird sein, der Dierer wird das Tein, sagt der alte Rebbe, wenn ihr möchtet, am Schir, und trie ist am Essen, dem ist der Dierer wird das Tein, und noch dem sagt der alte Rebbe, in dem Atomischen Wäste, der Dierer, der Dierer wird das Tein, der ganze Welt, von 6 bis 10, bis zum Eibischstaffung, ist das Mashiach willkommen, und das meint, der Dierer wird das Tein, jetzt, also ich lerne ein bisschen, und ich lerne, dass du ein Eibischstaffung, und es ist noch du der Rebbe, und die ganze Kavane, was ich bin, du, Jetzt. Und der Rebischter hat der Kavanne. Sie brennt in der Kavanne. So wer? Und wie viel will das der Rebischter? Er ist blickwoll. Sein Rotten ist blickwoll. Er will das blickwoll! Stellt euch vor, als ihr was gewöhnt habt, ihr habt Arbeiteros, und ihr will das arbeitest, wo sie arbeitest, nicht so lange, sie arbeitest in einem Markt von 5,774 Jahren. Sie arbeitest! Und der Geist sieht seine Arbeiter, und er sagt, was kommt du vor? Wie soll der Geist? Wie soll der Geist? Ich kriege den Geist! Er kriege jede zwei Wochen nach der Geist! Wie trägt sie? Sie wird es in einem anderen, sie wird es nicht in die Reimuffe! Und ich habe die Geist! Ich kriege den Geist! Ich komme nicht in die Reimuffe! Und ich kriege den Geist! Und ich habe da so eine Arbeiteros! Was ist bei diesem Geist! Und er hat das Arbeiteros! Er hat das Arbeiteros gelegt! Und er hat das Arbeit gemacht! Das macht halbe Glühle mit den Altenarbeiters. Das heißt, ein Arbeiter, die Arbeit, das Arbeitsversicht. Der Tracht ist nicht wegen der Kriegsler reinmüssen. Das ist nicht Getreide, der Tracht ist beklanget. Der Tracht ist nicht wegen der Kriegsler reinmüssen. Der Tracht ist nicht wegen der Kriegsler reinmüssen. Der darfst nicht wissen, wie sind wir mit dir geheiert? Wie sind wir auf Jüdisch geheiert? Gedingen. Gedingen, weil man will etwas reinmüssen. Das ist ein Arbeiter, dass die Menschen die Menschen mit dir mit der Juden erhkelt. Und darwinst das so, dass die Menschen von dir von einem kaltbelgten Fall sind, die nicht wirklich mit der Juden erhint. Sie richten sich noch die Schaffensomöcher reinmüssen. Aber der Menschen mit der Juden... Der Tracht ist nicht weiss, dass wir es nicht entstanden haben, und es brennt, es ist in der Kratzer Reihe von 25.000 Jahren und der Eibischter hat er trotzdem geblieben, wo er in der Villerein geblieben ist, und bei dir ist er, soll er kommen morgen, soll er kommen am Morgen, bis er sich beklangt, was er sagt, bis er sich beklangt, bis er sich beklangt, um mit wem zu reden. Einer, was lernt, sieht das und alle Tage nach, ist da ein Eibischter und ist noch da der Eibischter und ich bin auf einem ich bin nicht von mir, zum ganein, ich so weiß nicht, wie eine Zasik, ich so weiß nicht, ich so weiß nicht, da red es sich nicht wegen der Eibischtert, da red es sich wegen des Eibischtert, also er lernt sich das und er versteht sich nicht wie es gibt, er lernt sich das an der ganzen Sache was ich mit dem ist das eine Kavane und die Kavane ist die Ich sagte, du kannst dich wegstellen und dir geht nicht du und dust. Das habe ich begonnen mit dir, nicht zu reden. Verwassete Rebbe, wenn er so enttäuscht oder enttäuscht ist. Enttäuscht, als er machte mich stolz, als er jähnt. Kein Trachten soll er kommen heim, soll er kommen morgen. Von was ist er gewinn, muss er sagen? Doch er weiß nicht, wer er besendet. Der Rebbe hat nicht gekennet, verstehen, wie viel er lernt. Er ist doch, dass er lernt, dass er immer sagen kann und er kann sagen, nachher und nachher. Und ich habe nicht dafür, dass ich gehe den ganzen Gewohnen. Und ich weiß nicht, dass du überquellst. Was ist deine Mitzvive? Die ganze Mitzvive ist geliebt. Wir schiechen nicht abzapprat, sondern zur Stadt. Das ist den ganzen Tag, was er gewonnen hat. Und er hat die Menschen, die sie nicht verstehen können. Die Menschen haben sich nicht verstehen, dass ich sie nicht verstehen. Ich weiß nicht, dass sie nicht verstehen, dass sie das nicht verstehen können. Ich habe immer noch einmal in Buffalo, aber ich habe immer noch einen Schieden, was ich habe mit Karab gewöhnt. Ich habe vielleicht einen Geben, mit dem Schabbat oder mit dem Schabbes. und ich habe gemeint, dass sie sie halten mit, woher habe ich gehackt, an einer hat mich alle mal in zu schocken und ich verstehe, als alles was ich zog, als verstehe, am Achreie, als einer verstehe, einmal noch zwei, drei Jahre, wo sie schocken, in dem Reinen, sei Tcholen, sei Reden und ich rede, sieh, und ich rede, mich so, mit der Tmimes, als verstehe, dass du, wo sie schocken, sieh, um ab und zu schocken, wosidos, wie leid das dressed, in der Schnasein, so hittas, verstanden? na, da war reibischter, eibischter, wosidos. aber schon verstanden, wofre leid, mehr sehne, klamp, kseiden, ja? und man lerne, kseiden, sieht, meg gizugt, als j dome, schon sechs, johus, samoch gov, ich sag, sieh, ich schocken, Sie wissen, was mein Ziel ist. 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 Sie wissen, dass es die Tiere betrachtet, die ganze Zeit, die ganze Zeit, und der alte Rebbe sagt, dass sie das mein Tier betrachtet. Sie wissen, dass sie die Tiere betrachtet. Sie fällt dir nicht raus. Versteht ihr das? Ich bin in der Hand. Versteht ihr, wie soll der Hand? Ich lasse mir zurück. Ich bin in der Nähe. Ich bin in der Nähe, und ich bin in der Nähe, mit denen alle Dinge, die rein in den System steht, aber man darf sich... Ich bin in der Nähe, als Kapote Chaxides, das bringt mich her. muss in mir sein getreiht im Reben und im Reben geht bei Nefisch und mit zu ihr Nefisch und das ist durch auf was es ist nicht nur an der Weg wenn es wird gewöhnt dann wird das hoch aber der Meshire hat gesagt dass es in der Weg wegen mir haben wir ein bisschen tun was wir kennen als noch Jiedern und noch Jiedern sollen lernen und leben mit und das ist gehören dem Reben der größte nachher so aber wir da reinschreiben zum Reben in ein Jahr von jetzt und wir schreiben zum Reben ich bin von nahi Jiedern sind in der Skala wann sich Jieders können sich vorstellen was war nachher so auch das ist am Reben ich bin gewöhnt am Oberverbringen und ich habe gebringt von Buffalo größte Professoren ich kann in Kalle gewöhnt am Möhrer die Gemeinde eine von den Professoren ist gewöhnt einen Nobelpreis winner ein Nobelpreis ein Nobelpreis ein Nobelpreis ich habe das Nobelpreis ein Nobelpreis ich habe nicht alle kennen das Siebe so okay Und er hat geheißen Chayim. Der Rebbe hat gewollt, dass der Professor Chayim soll sehen, dass der Rebbe gewollt, als er soll euch bekommen den Nobelpreis. Ich habe nicht gewiss, aber ich habe ihm eine Karte gewohnt zu dem Professor. Bei jenem Verbrengen. Wie hat der Meister? Hat der Rebbe gerät, kennt ihr nicht gewiss, was er rät, weil der Rebbe rät, er rät zu den Mädchen, weil er ihm hört nicht, dass er sitzt nach hohen Häusern dort. Aber wenn der Rebbe verbringt, macht die Karte immer alles. Hat der Rebbe gesagt, bei jenem Verbrengen, in der Rebbe ist die Karte. und wenn der Rebbe ist, die Karte nicht nur eine Sache, aber die Karte ist nicht immer Karte. Aber die Karte ist nicht so, sondern die Karte und auch eine Dinge. Sie kamen mit einer Karte. Ich habe nicht, denn Kind in der Rebbe, Jorel mit allen, mit Kachazit, mit allen Sieben gesagt, das hat gekappt, Rebbe, das hat ein guter Wort, das ist ein guter Wort. Weißt du, aber nicht, was du wirst, wo du steckst. Später hat der Rebbe gesagt, so a Jid in Afyichid. Als Favos hat er gesagt, Chayim, Chayim, Favos hat er gesagt, Chayim, dem Pirosh, Chayim, weil er gewollt mehr sein, in jenem Professor, was heißt Chayim. Er hat ein Ton, das in der Zeit. In der Weile sind ein gewaltiger Sache, der Rebbe redt bei Verbrengen, in der Weile, was er redt, will er peulen auf gewisse Menschen, man weiß gar nicht, was er tut sich auf beim Verbrengen. Man meint, er geht so Pirosh, auf der Ram, auf der Rasche. In der Weile macht er ein ganzer Städig-Ausschuss. Er hat gesagt, Chayim, weil er gewollt mehr sein, in jenem Professor. Bei jenen Verbrengen hat der Rebbe gerätzt die Professor. Und er hat gesagt, dass er gewaltig, moeide gewollt. Aber die alle Professorinnen, wo sie einen Professorin, ist, weil sie dürfen mit Karab sein, andere Jid. Also, wie sie haben gesprochen auf sie, weil sie haben, sie sehen sie, ist, was sie sehen, sagt, sie dürfen mit Karab sein, andere Jid. Geht der Rebbe gesagt, einmal und zweimal. Und auf nicht, auf nicht, noch was du hast mit dir. Stellt euch vor, was ein Professor, das sei jesch, in jesch, er balt wie Aroschischiebe, auf der Stachischiebe, gemacht das selbe Maträge. Ah, man zieht es, ein Professor, bei sich er ganzer, und der Rebbe sagt, das Professor, so mit Teister, mit Karab sein, andere, schweig, an nicht noch was darf man dir beklagen. Das sei der Weile. Geht jetzt sogar Professor, aber darf dir beklagen. Ja, der Rebbe kann auch so reden. Der Silber sagt, das ist ein bisschen, das ist ein solches. Tu ich, was der Rebbe will, ohne ich bin mit Karab noch jeden zu lernen, ich sei das. Fein, an nicht, was darf ich dir beklagen. Noch ein paar Häusern. Ah, der Rebbe soll reden, ah, der Rebbe red zu einem Professor. Ma, der kann keiner kommen. Ah, der Professor, was er weiß, nicht beschockt, wo wir kommen, er weiß gar nichts. Socht der Rebbe, bei Verbrechen, dein ganzer Tarm, wo du bist, der Professor, ist, was du darfst mit Karab sein, noch jedes. Und auch nichts, noch was darf man dir. Darf den Herren ein bisschen, was, wie er so in der Rebbe, er erzählen wir euch, das erhebt. Tust du, was ich will, bist du meiner, um der Kuschel. Tust du nicht. Kannst du essen, hab auch, kannst du einen Gesinntenstack, aber man kuscht sie mehr. China, wir sind jetzt rein. Lachay und Lachay. Jetzt habt ihr ihm gesagt, den Lach singen. Lachay und Lachay. Lachay und Lachay. Lachay und Lachay. Lachay und Lachay und Lachay. Lachay und Lachay und Lachay. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Vielen Dank. 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 Das ist der Rappet. Das ist der Rappet. Vielen Dank. Danke. Yeah. 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 Yeah.